Musik Kalles Heißrauch ist am 13. Mai auf einer Veranstaltung mit seinem knackfrischen Fisch- und Räucherofen. Wo ist das, Kalle? Das ist beim Weingut Klauer, das ist der Markt der Genüsse. Und dort habe ich dabei die Dorade, dort habe ich dabei den Ludemär und wie unser bekanntes Lachspaguette. Was findet dort statt bei dem, wie heißt das? Das ist der Markt der Genüsse, das heißt dort haben wir verschiedene, den Metzger Ohr zum Beispiel, lauter Spezialisten in ihrem Fach, vom Gewürz bis zum Fisch. Da hat es verschiedene andere, die noch dementsprechend das Leben der Bienen vorstellen und solche Geschichten. Also hochinteressant und natürlich auch den guten Wein vom Klauer. Weingut Klauer, wie ist der zu finden? Das ist einfach zu finden, also wenn man jetzt von Leimen kommt, geht es die Berge hoch Richtung Geiberg, dann oben an der linken Seite ist es ausgeschildert und umgekehrt über Bammental, aber Bammental weiß ich nicht genau, zum jetzigen Zeitpunkt ist glaube ich dort noch gesperrt. Da sollte man sich vorher informieren. Um wie viel Uhr geht es auf dem Weingut Klauer los am 13. am Sonntag? Los geht es am 13. am Sonntag um 11 Uhr geht es los. Das heißt, der Ofen raucht bei uns schon ab 9, sodass wir quasi Schlag 11 Uhr dementsprechend anfangen können zu verkaufen. Bis wie viel Uhr geht es etwa? Das geht bis so gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr. Manche brauchen auch länger. Okay, das heißt also, man kann jetzt bei Ihnen anrufen und schon vorbestellen und die kommen dann zum Weingut Klauer am Sonntag, am 13. Mai. Ja, das wäre jetzt schon möglich. Wie gesagt, aber in dem Fall auf die Privatnummer, da läuft der AB 06226 970 500. Vielen herzlichen Dank. Ich danke. Viel Erfolg dort. Ja, ich gebe Gas wie immer. TV-Übergeneral